Sie? Ja? Wieso redest du kein Wort mehr mit Robbie? Tu ich doch. Wir bewegen uns nur in unterschiedlichen Kreisen. Ein schöner Tag. Gefällt dir das Buch? Nicht unbedingt. Da lobe ich mir viel Ding. Hat mir Leidenschaft. Kann ich dir etwas anvertrauen? Etwas unvorstellbar Schreckliches. Briony hat ihn gelesen. Es war ein Versehen. Kein Mensch sollte ihn je lesen. Nein. Was hat Cecilia jetzt vor? Ich hab keine Ahnung. Seit Wochen geht das so. Du weißt, was ich meine. Du hast es vor mir gewusst. Wieso weinst du? Cecilia. Du solltest die Polizei holen. Du hast ihn gesehen. Ganz recht. Das hab ich. Briony! Ich weiß, dass er es war. Weißt du, dass er es war? Oder hast du ihn gesehen? Ja. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn mit eigenen Augen gesehen. Ich würde nicht alles glauben, was Briony so erzählt. Ich liebe dich. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück zu mir. Ich warte auf dich. Komm zurück. Ich werde zurückkommen. Ich werde dich finden. Meine Tat war schrecklich. Ich erwarte nicht, dass du mir vergibst. Man wüsste nie, ob er je zurückkehren würde. Es tut mir furchtbar leid. Der schrecklichen Kummer, ich euch zugefügt hab. Lügner! 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 Das ist nämlich so. Ich muss zurück, wissen Sie? Wenn alles, was wir haben, auf diesem einen Moment in der Bibliothek vor dreieinhalb Jahren beruht, bin ich mir nicht sicher. Lügner, weiß ich nicht, ob du kannst rein zu mir.